wir müssen hier alles abbauen warte manchmal zwei eben nochmal dicht wegen diesem scheiß Mutterschleim ja müssen wir aber nachher wieder aufmachen auch Kupfer wie viele Nibel Presence watching you was heißt das das Haus das heißt gleich kommt ein riesen Auge zu unserem Haus wir müssen das Haus verteidigen ok benutze ich mal meinen Magic Mirror Glace at the Mirror to return home hey geil wie es auch noch geht viel Spaß du schaffst das schon obwohl ne komm Clemy wir müssen helfen ich hol mal meine ganze Kohle hier noch rein in die Kiste ähm ja das war die Küste mit der Kohle ähm ja das war die Küste mit der Kohle hier mich hier was kann ich denn hier alles machen na wo ist er denn noch nirgendwo oh wohl auch nicht I need more silver das aussieht woher bohr ein Stern bohr ein Stern Stern wo ist der Schecke den Schecke verkauft wo seid ihr jetzt was soll ich mit dem Stern machen ich hoffe zu tun wo ist er wo ist er hm der kommt jetzt oh da ist er hallo ja mit Boomerang ist ganz gut dann kann er nicht an uns rankommen sei denn wenn er sich so erstmal raus geht raus 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 ja wollte ich gerade sagen nach oben jo Clemy du stirb stirb so wie viele äh von den Dingern hast du noch ähm wie viele von den äh von den Dingenswurmenzen hast du noch wer von den äh Pilzen achso äh 77 wie eiskalt es mich verfolgt 77 Pilze ich hab nur noch 3 kannst du mir mal ein paar raus droppen ja wär ganz nett jetzt kommt schon wieder ne neun raus ja lol natürlich und ihr lasst euch noch sterben alle oder wie ja ich wollt die jetzt hier droppen ja ich brauch sie trotzdem gleich nochmal wär ganz nett wenn du sie mir geben könntest dann nö ups ich hoffe ich habe nicht meinen äh Klingens benutzt mein Mirroor ah nein holy crap 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 wir müssen wieder nach oben jo die Augen besser zerstören die kleinen 2000 Leben hat's nur siehst du hast die Schuhe du hast die Pilze ja hab ich die Schuhe sind verdammt nützlich bei dem Gegner zum Ausweichen kannst du mir grad so die Dinger hergeben die Pilze ich hab nur noch einen nein ich bin aber am sterben warte ja trotzdem machen wir den eben noch zu Ende du musst nur auswählen den Pilz ich krieg das nämlich nicht hin jetzt hab ich dir da auch nicht gegeben ja aber du bekommst den ganzen Stack ich brauche aber gleich Heilung ich überleb das nicht mehr lange ja ist dann nicht so schlimm ja aber wenn ich sterbe ist traurig ich will nicht sterben ich find's lustig da hinten ist eine Nase heil mich mal lol geil ich kann mich einfach heilen lassen ok wir brauchen keine Pilze weiter geht der Boss ist aber definitiv einfacher wie der Skelett Boss äh ja genau den kann man jetzt beschwören mit diesen 10 Linsen echt? nice ja jetzt nachdem man ihn einmal besiegt hat oder wie? ja vor allem was für Items droppt der ähm ja stimmt der droppt auch Items glaub ich geil ey der Boss ist cool äh jetzt wird der ein bisschen schwieriger der macht äh jetzt viel mehr Damage boah äh das höre ich aber gerade mal zu michieren wollte aus einem Auge wird mein Mund geil ähm boah der will doch nur spielen ach so Hilfe ey das ist cool das macht Spaß und unsere Heilschlampe die kann ruhig einmal krepieren das macht uns nichts aus ne? die kann... wir haben ja zwei Stück heilen sterb Nurse war slain nein ich sterbe nicht wir haben noch eine zweite Nurse da unten kaum noch 800 Leben man das schaffen wir nicht sterben nicht sterben nicht sterben nicht sterben nicht sterben du stirbst gleich du bist nur 25 HP ich brauch den Pilz verdammter Mist Magic Mirror zu anders teleportieren selbst über die kurze Distanz lohnt sich das Item verdammt nochmal weil die direkt neben dem Bett steht ja das war doch ganz gut den Spawnpunkt dahin zu setzen also dass wir das Bett dahin gesetzt haben gleich ist er dauernd gleich ist er dauernd gleich ist er dauernd wie der mich immer verfolgt eh eiskalt Magic Mirror ohhh stech ja lass mich alleine Nurse ist tot verdammt da ist es tot oh my god die Nurse ist tot bringt ihn um da ist er down meins äh ich hab alles hast du jetzt alles ja was war das drinnen sieben Heiltränke 3 Corrupt Seeds wobei ne das waren glaub ich die Pilze 4 Gold Coins ne aber da Corrupt Seed Corrupt Seed ist schon von ihm das ist schon richtig ne aber da war keine alte von ihm Dämonit Dämonitorn 49 genau das brauchen wir daraus kann man auch irgendwas machen was kann ich daraus machen jetzt ein ja damit kann man auch Dämonit Barren mach ich jetzt erstmal genau daraus kann man auch Waffen und so herstellen ok ich hab 12 Stücke Nightmare Waffen und so die sind richtig nice gib mir mal ein paar Pilze ich hab keine mehr Nice Light's Bane War Axe of the Night und Daemon Bow was soll ich machen Light's Bane oder Light's Bane hat 16 hat Fast Speed angeblich aber ich weiß nicht ob das so eine 21 Damage Slow Speed die Axt unsere Schwert hat 13 aber die Axt macht glaub ich auch Damage die kann man auch als Waffe benutzen soll ich die Axt benutzen ne was bringt's mehr Axt oder Schwert musst du selber gucken die Axt ist als eigentlich reicht das Goldschwert aber aber wenn du meinst Daman Bow ich weiß grad echt nicht ja Bow lohnt sich aber wirklich nicht glaub mir du hast schon bereut als du den Shorts der gemacht hast du wirst im Bau eh nie benutzt ja dann hab ich Light's Bane jetzt so mal testen nice ja ist ein bisschen schneller ja oh die Tür ist zu 15 Schaden an dem Auge gut wie viel Schaden macht eure Dinger ja ist ganz nett testen wir den Zombie aus bitte hast du noch genug Barren ne ich hab nur noch 2 Barren wir müssen wir müssen so ein Scheiß 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 ok hat jemand von euch schon ähm schon äh ein Goldschwert noch nicht nö ich hab eins da hast du eins yeah Clemy komm lass weiter in die Pilzfarm bauen jo wie kann ich eigentlich Waffen upgraden äh wir müssen die upgraden noch nicht ich weiß aber grad nicht ob ich mir die Axt nicht hätte machen sollen gut weiterbauen ich hau mal alles in die Küste rein hier ok noch ein Obsidian Skull ich weiß nicht ob es die ganze Rostung wirklich bringt ok Corrupt Seeds möchte auch mal rennen ne boah das mal eben wieder zu nicht dass irgendwelche scheiß Slimes da reinkommen jaja dann geh da mal weg lass mal die Wand da stehen ok sonst fällt hier kommt man schon nicht mal wieder hoch Grapple Beam was macht der da ja aber äh wir wollen eine Pilzfarm machen ah ok aber dieses Corruption Dingens das solltest du nicht unbedingt pflanzen weil dann kommen immer äh hier also zumindest nicht in der Nähe von unserem Haus wieso? dann kommen nachher solche Scheißvieh hier ok warte ne Clemy lass nochmal nicht so tief wir müssen hier oben noch alles wegbauen ja klar ich geh so lange weiter erkunden hier ein bisschen so in die Höhe bauen erkunden erkunden gib mir mal ein paar Pilze ich sterb sonst ich glaub ich bin kein einziges Mal bei dem Auge gestorben ich hab dir schon welche gegeben hm? hab dir schon welche gegeben sag doch mal wenn die Pilzfarm fertig ist ich brauch auch noch welche da ah da ja das sauer bis die Pilze dämonit oh was ist das ein Pulsiing with dark energy wie viel lasst du davon? viel nein ja bringt nichts ich hab nämlich schon zwei Barren draufgelegt auf ähm auf ähm auf ähm die Kiste so ich geh mal hier runter und erkunden 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 warte mach mal nicht alles weg sondern lass den Gang reingraben lass uns wenn wir als nächstes was herstellen können so ne Axt machen weil dann haben wir zwei Items dann sehen wir auch ob die Axt nur gut ist oder nicht ich will so ein Lichtschwert haben man lol das gibt's hier? ja geil base dafür sind eigentlich auch diese ganzen Juwelen da ja da braucht man aber glaube ich nicht viele Juwelen für ne? hm je nachdem Merchants arrived oh mein Gott wir haben einen Merchant ja endlich nach so langer Zeit genau oh hier ist gleich ne neue Höhle ähm gucken wie breit die ist ja wir können das hier alles eben machen ok das ist wenn ich so blöd auch umgraben klunk 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 hatte ich noch mal paar Holzplattformen hier klunk 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 aber ich die wir in dieser ganz unteren Ebene überleben sollen das ist doch voll heftig was da für ein Schaden kommt mit dem Feuerzeug aha das geht mit der Zeit Herzkustall Anfangs konnten wir ja nicht mal gegen die Schleimviecher überleben äh ja ich habe jetzt 220 Leben Lulion legt noch Geld rum von ehemaligen gestorbsen Leuten nämlich euch ja Tom du bist natürlich bin ich so äh jetzt brauchen wir Dreck macht Dreck du willst nein den anderen Schlamm Schlamm nein matt geh doch mal weg warte na gut bei einem mal weg muss abfließen Wasser muss abfließen Wasser muss abfließen ganz viel Wasser Nee Hast du noch hier Matt? Nein, dann was Hurra Matt hab ich nicht mehr Hier wollte ich schon immer mal So Jetzt müssen wir warten Ich hoffe da wächst jetzt auch irgendwas Kriege ich einen Matt her? Muss ich das von der OE von oben holen? Wie? Nee, den kann man abbauen Ja, wo ist das? Das war verdammt knapp Das war bei der Pilzwarm Wo? Bei der Pilzwarm Wir können ja noch rechts weiterbauen und gucken, was da ist Okay, vielleicht finden wir noch eine Jo, aber glaube ich eher nicht Warum nicht? Auch unter uns Ja, aber die Dinger sind nicht alle paar Meter Auch, aus Eisen Ah, trägt das ja gar nichts Was ist das? Ja, das war jetzt